Yo, hier bei The Park. Das war grad'n Fail, aber egal, das ist live. Bist du das? Oh, dieses Drecks, GameNet. Mir fällt ein Name vom GameNet ein, weil das... Wow, neben dir! Schau dir aus wie verdrubbelt das Landerman. Ich lau auf wie ich kann. Cry of Fartin. Cry of Fartin. Du ich vor. Cry of Fartin. Dengis, helf mir! Fuck, fuck! Wie kann ich Waffen wechseln? Abgetan, hast du nackt auf Kaffee. Voll! Es geht nichts, Doyen will nicht. Es geht auch nicht. Ich hab's nicht eingerichtet. Sterb ich. Eins für Leid. Ich hab, ich hab... Ah, fuck! Sterb du Witsch! Die aus dem Drohnen kamen. Oh, fuck! Sie kommen überall! Nein, ich hab ihn! Nein! Nein! Richte die Waffe ein! Ich sterbe! Nein, ich bin tot! Du musst ein Quid, ey! Du musst Tab und ein Quid machen! Ja, woher hast du es geschafft? Nein! Ich hab nicht vorhin schon gehabt! Ich bin tot! Nein! Was war das? Ich bin so. Ich glaube, er macht Delsbrot. Kommt mir so früh. Ja, es ist so! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was war das? Das ist... Vor allem, ich hab kaum nichts! Demütig! Ich weiß nicht. Was kommt das denn? Ah, stirb du Witsch! Kannst du erzählen. Wo krieg ich Munition hier? Oh, da liegt ein Waffen! Wo? Hier, wo? Bei mir! Ja, in der Schotze! Wie kann ich er widmen? Wechsel! Mit R kannst du nachladen! Ich weiß nicht wie er wechselt! Ja, ich bin ja! Wow, 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 wow! Der mit der Axt kommt! Lad nach, lad nach! Scheiße! Wo, die noch die M60? Hab ich, die hab ich! Ich stecke den Baum fest! Ja, die muss er geben! Und wir brauchen so! Equipment endlich mal ein! Ich bin der Baum fest, ich stecke immer an! Fuck, fuck, fuck! Stirb, stirb, stirb! Die werden scheiße! Nein, 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 nein! Riesentreu! Der hat mich getötet! Dann! Bin tot! Und schon wieder das Waffen zum Untun, jetzt geht's gleich! So, jetzt geht's weiter! Was ist das?! Ich kann einfach mal was rausnehmen! Geil, ich meine Möbel! Drück mein Teil! Wow! Dann musst du aus dem Gehen! Aus dem Gehen! Dragezeichnet! Ich muss lieber jumpen! Hinter dir! Was ist das denn aus dem Gehen? Ich hab' vorgelegt! Und die Heidelberg! Jaaa, du hast nur eine Gehen, ja! Jaaa, du hast nur eine Gehen stehen! Also! Ich bin ja letztlich mit dem Gehen! Was ist das? Oh, ein schwebendes Bett. Oh, ein Fragezeichen. Drei Fragezeichen. Na, 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 na. Erstmal mal ein Steam-Auskrank hier. Okay, gleiche Zeit. So, die Playerzahl war falsch eingestellt. Du hast hier eine ganze Messer eigentlich. Hm? Ja, Messer getraut. Jetzt fassen wir die Kinder. Wer mit Messer runter? Ach so, Pisten. Leute, mit so Arbeiten. Wir sind draußen. What the... Wow! Wie der sich anhört. Lade, nach, lad. Fuck. Ich bin doch. Oh. Ja, ich hab das schon erstmal gespielt. Spiel doch mit. Wenn es mal dem mal gehen würde. tipisch in der Nachdenklinik. Möchel. Ah, ja. Wie schon. Shotgun. Kuckuckuck. und nur was ist war das denn? Er kröp auch. Ganz normal, ich war ja. Du kannst zwar auch kombinieren, ne? Was kombinieren? Jetzt kannst du plop scrollen, ne? Nein. Nur mehr. Es kommt doch! Kettensägen-Massaker-Mann! Ah fuck! Einmal! Oh nee, bin ich tot. Bleib am Leben! Game over. Ey, das ist ein von der Psycho. So der Psycho-Fugzeug. Ne, es geht nimmer. Es ist abgeschaltet. Ich hab auch weiß noch nimmer, wie das geht. Stepp doch! Der Mann mit der Knüttelweste. Okay. Ich hab die Munizier. Was ist der da? Ich stell dir jetzt nachlaut. Ich stell schon mal vorrauschen nachlaut. Ja, das geht nicht. Ich glaub, es war immer in meinen Künstler. Ich hab schon mal in meinen Künstler. Jetzt gehts. NICHT! Das war mein letzte Muni. Das muss ich verhungern. Das muss ich verhungern. Nimm das Messer! Wir werden den Messer! Man kann den Schlot noch einmal nützen, deswegen. Ja, das hab ich gar versucht. Nichts passiert. Wir werden los. Wir werden los. Wir werden los. Wir werden los. Okay. Fuck, er ist da! Ja, dann hab ich mal. Ich hab' die Bug da rum. Ziehen geht nicht in das Spiel. Ich hab' mich so. So, jetzt muss ich nachgehen. Oh mein Gott. Wie? Da bist du ohne Wind, ne? Wir sind 64 Fahrerboden. Ich weiß, dass wir nicht mehr in den Berg. Der Bug da hinten. Ist der da hinten? Nein, ich bin da hinten. Den darf man drauf. Der, 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 der. Der Pelot dich an. oh, f***, muss ich doch mehr ja, was ist das? hoffentlich packen die ab F***, f***, oh nein, wir werden tot die die abgeben das war das war drin muss er nie beitreten Du bist extrem leise bei mir gestellt. Dann stelle ich mich lauter. Da gibt es nur die hier. Stirbt langsam. Zwei. Star. Glaub mir, wo ich nun hab. Oh, da kommt noch, da kommt noch! So und... Oh mein Gott! Nein, da vergewalt' ich mich! Ich hab' ihn gemessert! Yeah! Ey, lass mal was, was war' ich nun? Das ist alles in dem LP-Trend. Haha! Das ist ein Ding, das ist mal nicht. Alles was muss ich denn tun. So, dann geh mal ein bisschen weiter rüber. Das macht, dem ist die Eimer, da ist immer ein bisschen weiter rüber. Sonst macht er einmal sie. Stör! Warum, das auch mal? Ich hab' einen Hammer. Und der hämmert. Oh, das ist so was von langweilig. Ja, nimm mal einen anderen. Du kannst mir mal eine Schule helfen. Okay, ich mach' den Maps wechseln. I'm ready! We read the book. Simons book. We thought that reading his words and trying to live and feel and want to eat them. Maybe he could give us an insight on the case surrounding him. Ich hab' einen Foto gemacht. Und ich glaub' das ist wieder die Story. Hoffentlich mal. Ich guck's mal. Okay. Krass. Ich hab' das. Jetzt kommt vom Spiel. Ich hab' das kleines W yapt. Ich hab' ihn nicht mehr geschafft. Wir alle gängig gemacht haben. Ichups, die ihr zuhören. Ich zeigt ihn. Ich sag' ihn nicht, das ihn zu verlassen. Ich hab' ihn nicht mehr geschafft. Ich sag' ihn nicht mehr, ich hab's. Ich hab' ihn nicht mehr gemacht. Ich hab' ihn nicht mehr gemacht. Es kommt der Film, warum wir den wahren und f Hass erhört, dass wir ihn Blöcke Das ist Schuss. Ich hab' ihn nicht mehr gemacht. Ich habe ihn nicht mehr gemacht. kann ich mir doch spiel wer ist simon warum ist offen kann es beitreten der ist frei ohne was wort wollte spinnt irgendwie muss aber was die beitreten mal dem er für uns die beitreten sonst wird es sein bestimmt Peter bist du dabei ich bin der hier ich bin der hier alles ich bin der da schlägt die 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 ach nicht wahr und da mit Kupen ach so so ist es umgestellt Verdehner-Norm. Ich warte die Position! Deswegen schlage ich. Also gehen wir mal irgendwo lang oder so. Gehen wir weiter um. Ja, es hat uns voll verlebt gespielt. Wo seid ihr? Ich bin vor dir. Okay, folgen wir mal alle. Ich weiß auch nicht, wie es hier weitergeht. Let's fail. Ja, let's fail. Geht's auf mit. Hey, Moni! Also ein Klein-Zocker, genau. Ah! Klein-Zocker, ne? Zocker blind. Wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Ja, extrem gut. Okay. Hehehe. Also diese Map hier kenne ich überhaupt gar nicht. Sieht nicht so besser, ja. Ah, da ist eine Tür. Ah, ja, wir müssen eine hier hin. Einfach die Bremse. Oh, da ist dein Gang. Drei. Wow, wow, was ist das? Ah, das ist meine. Meine Waffe. Eine, die schießt. Das ist automatisch. Das ist automatisch. Nein, das ist automatisch. Nein, das ist automatisch. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Der hat's geklaut. Ich hab's. 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 Da sind Sobi. Hallo, Sobi. Wie geht's so? Doch, 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 doch. Reloaded. Ich hab's. Oh, ja, da sind so viele. Oh, ich hab's. Und ich hab's. Das ruggelt so was von. Nae Kampf. Ah, das ist das denn. Ich hab's. Oh, okay. Ein schwebendes Bett. STIRB-Bett. Noch ein schwebendes Bett. Wow. Ah. Ah, Katzinn. wo er denkt er geht auch das ist das auch so das mit Ruhe die Richtung Boden doch dritten ich halte ich weiß nicht die Mann ich habe immer mehr das ist die Zeit ich war ich mit E getrückt habe Wo ist Moni? Ja, 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 ja Ich brauche Ammo! Ja, ich brauche nicht! Drück zu hoch! Bevor der Horstür guckt, werden die Postboden was hingelegt Das ist eine Waffe! Jo, einer schießt! Der legt sich mit dem Zorn nicht dran! Ja, wenn du immer das hältst Ich komme Bist du tot? Da ist wieder ein schwimmendes Bett Desbakt um und Kotzbier Ich bin down, helft mir Da sind immer schwimmende Betten Kann man sich wiederbeleben lassen? Ja, wenn du mir immer helfen Das ist ein Bett, der so stirbt Wo bist du? In dem Haus das nicht die Straße Lebe, lebe! Guck mal, wie es ausschaut Wie es ausschaut Also hier, mal ab nur schwerer Betten Jogda, es wiederbelebt ja und es nicht vor Ort kann man ihm er ich komme zu Haus die KM alle leben das spritzer sind nicht nur bin geimpft es habe ich jetzt das ich habe noch so aus und das was wird ja es hat Flaschleut Willst du dich hier zu nennen? Nein, aber ich bin ein bisschen entlang Warte, ich helfe euch! Ist mir egal, die Grafik ist scheißerweise Schwules Bett Schwules Bett Lebe! Lebe! Benni! Du musst uns vielleicht beide wieder leben und helfen Wie wer seid ihr, Leute? Gut Kehle das Bett Ja! Sie haben alles begraben Nein, ich wurde rausgehoben Du wurdest begraben? Ich werde so nicht rausgehoben Du würdest... Versuch noch mal mal zu treten Unkno! Kevin ist unkno! Ich wurde auch schön Dann steht er vor der Grafik von Left 4 Dead 1 Voll die Verarsche Ich find hier nix Aber es ist nicht von Wade Ja, von Wade Es kann sein, dass ich jetzt bei Garys Mord jetzt die Charaktere und so weiter habe Nein, ich bin mein Spiel nicht von Wade Sie ist von Wade Ja, nein Doch! Ist nicht von Wade Echt? Aber es ist Aber es ist Das ist von Wade Da steht er von Wade, also im Wade hat mitprogrammiert Nein, der Produkte steht dort am Mord mit dem Der Produkte So, nur das Geld verkauft ist die Bei Gucken vielleicht Vielleicht sind die Garys Mord auch drin Nein Nein Als Produce zumindest Anworte Der Spawn-Pomition Wie heißt ich? Wie heißt ich? Wie heißt ich? Ankno! Nein, ich hab meinen Namen noch drin Du heißt Ankno! Immer noch! Anworte! Alles wang ich hier voll mit snacken und treffen Ich seh nix mehr Ey, wie heißt ich? Ja Okay, okay, das ist so extrem ist ey Let's fail Nimmst du das gerade auf? Ja Ah, wir müssen hier mit uns raus, nein Da kann man die Tür auch raus Wo? Da denk ich schon, ah Ah so, wir müssen uns selber folgen Du musst ins Haus, Kevin, du bist nehm da wurde auch gestürzte Betro alles kommt her Kirito zu tun auch das kommt jetzt auch er wird dort dann muss das natürlich die Dörsen haben es im Zutaten nur vor allem nicht der Weg an die Wurz das Spiel so ist aber vom Weg doch keine Munition mehr auch mit dem doch 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 obwohl ich muss nur zufrieden um wir haben eine piste auch sehr hoffen wie kannst du sie auf dem Boden wenn du inventar auf die Waffe legst auf die Waffe legst du dann tropft dann legst du sie auf den Boden und warum wolltest du die das Bett wo es schweben und wer wird stört du bei uns doch wirst du nix aus mit kleinen Kind das war die Krüger im Stichwort wo auch für den gut die Klinik schlaue ich schlaue also auch h in kurz ein Knüppel und das ist ein Riesen-Ender der hat er auf mir abgesehen Ich helfe dir. Wie denn? Das ist eine ganze Zolle. Helft mir. Der Riese beschützt mich. Ich versuch's. Ich muss erstmal mit den ganzen Dingern hier auskommen. Ihr gedrückt habt. Ja. Mach schnell. Töte. Der Riese. Weißer Riese. Der Riese. Ich hab keinen Grund mehr. Aua. Ich bin schon mit Haftmode. Warte, ich hab die Gott. Das hilft immer jemand. Ich renne. 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 Lüttemberg Es ist nicht so. Okay, falls man sich das an gefaltet. Wir müssen uns einmal Waffen aufhalten. Wenn wir uns jetzt irgendwo machen, wir müssen weg. Wir müssen uns einmal Waffen aufhalten. Wir müssen uns einmal weg. Wir müssen uns weg. Ja, da muss auf Tab dann quicks hernehmen. Also schnell wegs. Da kann es mir einschalten. Da kann es mir einschalten sein. Da geht's nach unten. Da geht's nach unten. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Helfer, ey. Da, da, das hast du mal drauf. Geh mal da runter oder warte mal. Komm mal da runter? Wo ich unten. Oh, da geht's runter. Ich bin unten. Ich bin unten. Ich bin unten. Ich muss erst mal impfen. Ich gehe erst weiter, wenn ihr da seid. Okay, okay, jetzt ne Fassade. Oh, Kevin kommt. Ich hab mich doch games, Leute. Ich hab mir reden. Ich hab mir reden. Seit ihr da runtergesprungen? Ja. So ein Kanallo. Nein, ich seh'n. Oh, Bitch. Wow, du Bitch. Bitch. Wow. 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 Da, hält. Der geht lang. Halt mich mal einer aus meinem Leben. Wie kann man, äh. Ah, Leute, alle machen hier durch. Warte mal. Nein, wie kann man, wie kann man, äh. Mein Leben ist dein Arsch. Ja, ich hab' ich grad was gehen. Benni, kannst mich, kannst mich heilen? Nee, ich hab' keinen Impfstoff. Ich komm' keinen Impfstoff. Wir müssen hier, wo, oder der auch. Kommst jetzt endlich mal. Ja, der kommt. Leute, komm' jetzt hier. Alle haben den gleichen Charakter. Also falls jemand ist. Doch fuck. Dann haben wir alle AIDS. Und dann sagt der, dass der Impfstoff ist, weil, da braucht es ja noch nicht. Ammo. Ich brauch' Ammo. Ich brauch' Ammo. Ich brauch' Ammo. Ich hab' Ammo gefunden. Ja, ich weiß. Ich hab' Ammo gefunden. Ich hab' Ammo gefunden. Ich geh' voraus. Ah, alles Zombie. Ah, alles Zombie. Wow, du bist, äh. Du bist ja ganz, mit seiner, hab' dich lieb' Jacke. Ich hab' mich. Wie kann man sich hinlegen, Leute? Ich hab' mich. Ich hab' mich lieb' Jacke. Can, STL, D. Oh, Herr. Ich brauch' ne Pistel. Ich hab' ne Waffe. Ich hab' Impfstoff. Ich brauch' ne Waffe. Ich brauch' die Waffe. Ich brauch' die Waffe. Ich brauch' die Waffe. Ich hab' den Stoff. Wie kann ich die Waffe aufnehmen? So relativ viel mehr mehr sind. Aber ich glaub, ich glaub' ich glaub' ichéral' mich lecken. Ich glaub' ich komm' nicht mehr und ich brauche mich jetzt. Ich man hat schon getestet die Zwochland ich bin ja auch nicht weiter Alex ist weiter und nur Kämpfer und ausdauert und 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 Ich hab's auch schon. Ah, ich hab's versucht, so ein Eben. Falsch. Da, da oben. Hey, wo seid ihr? Ach, wir müssen nach da oben. Kevin, du warst richtig. Wir müssen nach oben. Sollen wir da hochkommen? Das ist für die Bauste. Ich komm doch hoch. Ich komm doch nicht hoch. Was ist Jump'n'Run hier? Äh, wo? Ich konnte immer mal den einen Kasten hoch. Das wird auch keine Ausdauer mehr. Ich hab auch keine Ausdauer mehr. Ich bin im ersten Spruch gekommen von der Ausdauer. Nein! Aller scheiß Ausdauer fühlt sich halt nicht schneller. Äh, du gehst da weit. Alle Bande an sich lösen. Scheiß Ausdauer. Man müsste alle einen auf den anderen. Aber das Spiel noch zu kann, direkt zu. Ja, da ist das alles zu kann. Wer ist ganz oben? Ja, ich bin oben. Einer nach den anderen. Alle Kanten. Alle Kanten. Alle Kanten. Alle Kanten. Leute, wie halten die euch da? Kann alles gehen oder was aufstehen? Ich warte mal auf den Köpen. Können wir das zu Ratschen machen? Ja, dann. Ja, dann. Ja, das ist da drei Jahre. Ja, dann. Jetzt komm. Na komm. Warte, stirb doch. Ey, okay. Du renntest einfach mal ohne uns vor. Wenn ihr dran braucht. Dann müssen intim. Intim bleiben. also was können wir tun es geht ja ich kann nur manchen ich habe nichts ich habe ich hab nicht mal eine Waffe nur meinen Schluck du müsst hier irgendwie nach oben ok wie das andere Leute schon es ist die drei Bucke zu gehen ich suche mal einen anderen ich probiere es mal ey Kevin das ist irgendwie ne es geht mal halt jemand ein Sekundärwaffe warte mal ne ich hab nichts mehr ich hab auch kein Monitor mehr dafür ich hab auch kein Monitor mehr dafür da geht doch weiter er wollte gleich jetzt weiter also doppelt der Taste und gleichzeitig drucken hey yo nice no woher wenn du sich auslassen da steht woher das ist wir können wir alle zu machen wir können alle zu wir müssen doppelt schlag ohne das was das könnte ein paar Stunden dauern ne endlich das muss ich jetzt noch da woher ja er ja ja das ist leer dann ist vor 1 woher wird das woher macht er noch auf schlafen der der woher alle ein das das Mary war nur zusammen pitched wurden das lustig durch Graham いく track den Boden endlich wiederمh kaufen Lebe für die Lebe! 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 Oh, ich lebe! Das ist total total. Das ist so was von unlogisch. Unlogisch behindert total. Ja genau, unlogisch behindert total. Ich glaube, wir müssen durchdurchfahren. Hab ich doch gewusst. Du, okay. Die wurden noch unlogisch. Bei den Räumen abzunehmen. Ich hab ne Impfstoffe braucht Leben. Ich? Okay, gibst du Alex. Komm hier irgendwie aus. Das sieht man doch. Unten rechts. Unten rechts sieht man wie viel. Ja, rechts. Ich hab... Ich hab 40. Ja, ich hab... 3. Ihr müsst doch mal zu diesem Treckgang nach oben wahrscheinlich. Hier. Ich laufge mir jetzt zurück, aber wo ist der Trecker? Der ist hier. Hier kann man uns verschlagen. Der kann man nicht. Das muss man aber uns verschlagen. Dann hämmer weiter. Alles geht, nimm mal keinen Treffer noch hoch. Blockiert. Es geht jetzt. Ich such mal nach ner Waffe. Da waren wir noch nicht. Oder doch. Ja. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Wo bist du? Achso. Hier ist der Anfang wieder. Wunderbar. Mann, da kann man jetzt mal anfangen und sagt, hier geht's weiter. Nein. Wunderbar. Zurück. Ja, ich hab's selber mal geschafft, sonst sind wir auch wieder raus zu stehen. Ne, da ist noch dran. Seit wann kann ich hier dran blitzen? Das wird mein Scheiß-Tremper hoch, ey. Ich hab's selber geschafft, wie ich mir rausgekommen. Ich komme jetzt hoch. Vielleicht muss ich mir wirklich hier durch. Oh, fuck. Und nicht hoch. Dann kommen wir hier weiter. Wer ist denn, wie meinst du aufzumpten oder was? Hier. Ah, hier. Da kann man die Treppe füllen. Da kann man die Treppe füllen. Da kann man die Treppe füllen. Ja, man muss die Treppe füllen. Ja, wir müssen die Treppe hochjumpen. Ja, wie denn? Das geht nix. Ja, doch. Wollen wir uns das geht. Da ist man noch hoch los. Ja, glaub ich doch auch. Ja, wie? Ja, ich bin auf der Karte irgendwie geblieben und bin noch runtergeflogen. Fuck. Was ist denn Dodge eigentlich? Ah, Dodge heißt hochzumpt. Woll mal. Kann man sich eigentlich festhalten? Ja, natürlich. Also hochzumpt man aus dem Dodge. Ey, ich trenne mich jetzt mal an hier unten hin und gehe auf meinen Kopf. Es glitscht. Geh jetzt mal auf meinen Kopf. Es ist backt. Wollen wir das? Ja. Aufklären. Ey, das... Willst du dich verarschen? Die verarschen uns. Okay, jetzt geht weiter. Ah! Ah! Es ist backt total. Rennen, springen und... Leute, da oben ist Fisch! Okay, so. Rennen, springen und... Wie soll es gehen? Es geht während der Spring uns nicht mehr. Fuck. Wer hat das Spiel programmiert? Ja, die Dinger auf dem Boden! Der hat ne echt scheiß Physik-Sension gehabt. So, hey, den Flächen ist genau. Der bestimmt einmal programmiert und so gelassen. Und der, die müssen mir helfen, ich liegt da oben tot auf dem Boden. Jo. Jo, belogen. Und weiter geht's. Jetzt los, jetzt runterfallen. Darauf hab ich jetzt gar nichts. Wow. Leute, hier ist ein Flug. Okay, war der Gitz. Also nicht, der nächste Impfstoff wirst du mir geben. Ich hab noch zwei Leben. Lass dich doch einfach kämen. Ne, hab ich trotzdem zu wenig Leben. Lass dich mir auch mal ein paar Waffen lassen. Ich hab schon, ich hab schon. Ja, endlich. Da, ne, stopp, stopp. Ah, den Stopp. Moni, Moni. Ich komm dann. Ja, endlich. Hey, ich hab doch Pisten runter. Wow, 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 wow. Das ist also wichtig. So aus Wasser guckt. Oh, das schlägt mich. 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 Schau aus wie Barbie im Kokon. Das kommt. Ich hab einen Impfstoff. Ich kann nichts machen. Ich bin gleich leer. Ey, ich schließ das Ding aber ein bisschen durchbruschen. Ah, das ist ein Riese. Das ist ein Riese. Aua. Aua. Lauf weg. Das ist unnötig. Aua. 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 Ich lege auf den Boden. Aua. Ich lege auf den Boden. Aua. Aua. Mitiger dieses Ding auf den Ausweich und dann steht uns rein und wegrennt also ist das noch vom Stich weglob Stinger schlägt und ja was ist das alles die haben euch geschlagen ich bin auch am Arsch wenn aber mal neun ja ne lasst ihr erst mal fertig hast du noch Moni Dave? nee ich kann sich nicht erledigen einfach so zufrieden Stock ich lebe wieder ich lebe dann soll die alte Tod das Game over ich lebe wieder ich habe Moni lebe und schnell weg das liegt jetzt genau neben dir Benny lockt es sich mal an woher sind zwei Stück denn das nur eins ja ich kriege das Ding nochmal zu schlagen Kevin äh da alle Alex lockt es sich mal an wenn du lebst oder so ähnlich ich habe am wenigstens am yeah Alter das Ding ist doch ein Scheiß ist ja voll der Witz Mundi leer ich bin ich bin ich bin ich bin Fahrrad okay wir schlagen so oft und wieder leben und so oft bis es nicht auf die Kinder sie sind und sie sind er wird er wird du bist es doch nichts Der Ring! Der Ring! Das ist wieder Riese! Die wollen immer uns waschen. Da ist ein Viech im Wasser! Ich hab keine Ausdauer mehr. Kann ich mir schlagen. Der Riese kommt! Ich auch! Ich lieg bei Alex! Nein! Ich lieg auch am Boden! Ich bin der einzige Überlebende! Ja, guck nach Waffen! Da liegen noch irgendwo... Ich hab'm Stock! Ja, Toner, ich hab 14. Ist der effizienter als... Du kommst hier nicht rein! Gib dir mal Leben! Genau, gib dir mal Leben! Oh! Oh! Wow! Effizient steht nicht dort toll! Der hat die meisten Waffen von uns ein! Bloß er kann sich zu zeigen! Ja, ich kann damit nutzen! Ich hab eine Waffen nicht weggeschmissen! Ich kann das nicht! Oh! Ich hab die verarscht! Zeig dir mal ins Beine! Aber kannst du! Oh oh! Oh oh!